Wenn wir Fantasie betreiben, dürfen wir die Realität nicht aus den Augen verlieren. Ich sage den Jugendlichen von heute, glaubt an die Zukunft, die Welt wird besser. Es gibt noch viele Möglichkeiten. Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren liegt meistens darin, nicht aufzugeben. Lachen ist zeitlos. Fantasie hat kein Alter und Träume sind für immer. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Es ist ein Fehler, den Menschen nicht die Chance zu geben, sich in jungen Jahren auf sich selbst verlassen zu lernen. Wenn du durch die Hölle gehst, hör nicht auf zu laufen. Man braucht nicht immer einen Dialog, um eine Geschichte zu erzählen. Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun. Die Hölle gehst, das Unmögliche zu erzählen. Man braucht nicht nur eine Geschichte zu erzählen. Natürlich ist einfach nicht in jederchemical Zeit. Wir sind immer einen敢en Galen. Untertitelung des ZDF, 2020